Bam Bam Ja, nur wieder ab, oder? Äh! 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 Bam! Was sollst du nur tun, oder? Bam 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 Ja. Naja. Bam Ja, du kannst einfach durch mein Schild durchschlagen, weil du's kannst. Bam Erster Tod De-de-de-de-dünrä Verdäht Didit. Bam. 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 Stirb, Junge, stirb. So. Was ist bitte da hinten? Oh mein Gott, dort hinten sind Herzchen. Oh mein Gott. Ich sag mir nicht, da hinten sind nur Herzchen. Oh mein Gott, was ist da unten? Ach, auch hier bin ich. Och, nett. Ich kenn den Raum da unten. Da unten hab ich zuerst gegen diese Reptilien gekämpft. Sprich, hätten wir irgendwie so, 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 Cheats. So, könnten wir fliegen, könnten wir einfach hier hochfliegen und dann... Bam, sind wir wieder hier oben. Aber ich benutze keine Cheats. Nein. Ich bin ein braver Junge. Ach ja, ja, ja. Ich bin brav, wa? Der Witz war echt gut. Von mir selber, wow. Oder auch nicht. Meine Witze sind alle scheiße. Ach. Erst recht meine Reime. Obwohl ich gar nicht rein kann. Denn ich bin... Ein Junge. Okay, auch Jungen können dichten, aber... Ich nicht. Ich kann nur... Schlecht let's playen und... Dumm sein. Ja. D-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d da hergestellt. Darin findest du 20 Bomben? Sprich, jetzt müssen wir nicht mehr die Scheiße von wegen öh, wir nehmen die Bomben vom Boden auf und haben ein haben so zeitbedingt und müssen ganz schnell sein und oh mein Gott, jetzt bin ich was runtergefallen. Ähm, jetzt. Start. Jetzt. Ähm, Z. Z, wo ist Z? Da ist Z. Nein, 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 hier und dann nehmen wir. Komm, die Stöcke brauchen wir eh nicht. Komm. Ja, wir haben Bomben. Das heißt, wir nehmen Bomben hoch, legen sie hin und chillen. Da, 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 da. Ein Raum, wo was drin ist. Wo diese scheiß Tiere drin sind, die ich voll hasse. Ja, das war jetzt mein Fehler. Tut mir leid. Boom. Was verkaufst du mir? Vergib mir. Darf ich dir Dekonüsse anbieten? Oh mein Gott. Was wollte ich mir denn noch alles andrehen? Ups, dann verschwinde ich besser. Boom. So, was bietest du mir an? Ich hab Gnade. Ich kann dir Deku-Kerne anbieten. Oh mein Gott. Ich fall gleich um. Ich fall gleich wirklich um. Ich mach den ganzen Scheiß hier für Deku-Kerne. Deku-Nüsse, Deku-Kerne. Die ich eh nicht brauche. Oh mein Gott. Jetzt, jetzt darf ich hier wieder lang gehen. Oh mein Gott. Tut mir leid. Ich hab gesagt, ich zeig euch fast alles. Soweit, soweit ich alles zeigen kann. Aber, dass so ein Scheiß dabei rauskommt, das hätte ich nicht gedacht. BAM! 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 Und BAM! Ignorieren wir die Tiere, weil sie einfach nur scheiße sind und eh sich früher oder später explodieren lassen. Auch keine Ratten mehr. Hätte ja sein können, dass die nochmal neu kommen. DIDIDIDIDIDIDIDIDIDIDIDIDIDIDIDIDIDIDIDIDIDIDIDIDIDIDIDIDIDIDIDIDIDIDIDIDIDIDIDIPIJ Jetzt habe ich das hier wieder machten, oh Yeah! BAM! BAM! HO! NO MEIN GOTT! Ich hasse es langsam! Boah, scheiß Steuerung hier! gesagt, scheiß Kamerasicht, die sich ständig ändert. So. Ja, jetzt war es voll ja eh wieder an. Aber egal, wir sind eh schon durch. Und hopp. So. Bomben, Bomben, Bomben und Schalter, Schalter, Schalter. Und das war unglaublich. Was bist du denn hier? Der riesige Schädel leuchtet in seinen Augen rot, öffnet sich ein neuer Weg. Listen, bestätige den Schalter, damit sich die Plattform ja hebt. So, erreichst du vielleicht ein höheres Stockwerk. Wie süß, das hab ich aber schon längst gemerkt. Da macht man hier sowas. So, das erste Auge leuchtet rot. Das zweite Auge kommt jetzt hinterher. Bouncen. So. Und jetzt öffnet sich ein Weg, der uns zum Boss führt. Da 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 da. Genau der. Da 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 da. Ähm. So, wenn ich einfach ins Auge reinstechen könnten und dann einfach weitergehen könnten. Eu, 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 eu. Eu, 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 eu. So. Der Boss ist links, hab ich irgendwas überhaupt auf der Karte vergessen? Da hab ich nichts vergessen. Da hab ich nichts vergessen. Oh mein Gott. Nein, 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 nein. Egal. Wollte ich mich später. Kann ja immer wieder hier rein. Weil man so fröhlich ist wie andere Leute. Und ich glaube, ich soll nicht in dieses Loch da reinfallen. Ich glaube, ich will hier oben lang. Hier lang, genau. Wo komm ich denn jetzt hier hin? Gott, wo bin ich hier? Ah, da bin ich. Okay, ich hab gekapiert, so. Und jetzt. Ein Gegner. Ein Gegner. Oh mein Gott, ich hab mein Schild verloren. Nein, mein Deko-Schild. Ich bin ein Link ohne Schild. Nein, 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 nein. Oh, komm her, du scheiße. Oh mein Gott. Bam, leck mich. Komm, ich hab Angst vor dem scheiß Vieh. Warum bin ich ja gerade eigentlich so leise? So. Ich sag gar nichts. Nein, weil die Tiere haben mein Schild abgefuckt. Äh, jetzt bin ich schon wieder hier. Hä? Äh, dreh doch mal die Kamera, du Vogel. Hier komm ich doch her. Habe ich mich jetzt hier irgendwie in den Kreis gedreht? Gott, ich schlau, Kopf. Fick dich. Mein Gott. Sorry für diese Wortart, aber... Ich hasse dieses Vieh. Was ist denn hier? Hier drin. Und... Was ist, wenn ich da hochspringe und... Hier lang lauf und... Oh ja, hier, die Fee. Demonstration. Gehen wir jetzt neben... Das auf K, ja. Ist bei mir K, deswegen. Bam. Verarsch mich doch nicht, du scheiß Fee. Nein! Ich Arschloch. Scheiße. Das war ein Fee. Kommt bitte noch eine Fee hier? Ich warte drauf. Fee. Wo seid ihr Fee? Das ist dämlich. Hm. Okay. Nein, nicht genau. Oh, du bist so hässlich, ne? Manchmal... Könnte ich dich wirklich nur an die Wand klatschen? Ja, komm, leck mich. Ja, ich brenne. Oh mein Gott. Jetzt bräuchte ich das wirklich noch einmal. So. So, so, so. Und jetzt auf zum Boss. Ohne Schild und ohne alles. Yay. Oh mein Gott. Ja. Lust auf den Boss. Wenn ja, dann lasst es uns tun. Lasst es uns machen. So, jetzt könnt ihr euch wundern, warum kriegt man dort Bomben? Ja, ganz einfachen Grund. Beim Boss braucht man Bomben. Wer hätte das gedacht? Ach, wozu kriegt man sonst hier die Items? Bei Boss braucht man eigentlich immer die Items, die man in den Dunneln kriegt. Und jetzt ist hier das Loch offen. Doch nicht. Warum ist hier kein Loch offen? Muss ich hier ne Bombe legen. Ja, und jetzt ist da ein viel zu großes Loch. Für mein Kaliber. Egal. Bäaun. Komm schon. Ja. Dumm. Ba dumm. Dumm. So, wenn ich jetzt so wüsste, wie der Endgegner geht, ja, dann... Mein Gott, ich hab keine Ahnung, wie der Typ geht. Scheiße.